Die Wettershow Die Wettershow Die Wettershow Die nächsten sieben Tage im Osten Auch hier morgen etwas regnerisch Am Wochenende auch etwas kühler Nächste Woche dann 18 Grad Und Mittwoch sogar 22 Grad Da kommt dann der Frühling so richtig Das heißt das Wetter Wir wünschen einen wunderschönen Tag Machen Sie es gut Und dann der Frühling so richtig